So, hallo und will Gomi zurück zur Minecraft? Ja? Du kannst auch was sagen. Ich mein nur, du musst nicht stumm sein oder so. Hat dich niemals zu gezwungen. Niemand. Ich verstehe das nicht. Du musst gerade was lesen. Nein, musst du nicht. Hä? Habe ich irgendwie die Steuerung umgestellt? So, wann macht ein N das? WTF? N müsste eigentlich die NetGui öffnen. Hä? Was hast du? Ach, du bist ja da. Bist du jetzt in Minecraft? Was war das hier, oder? Du spielst jetzt Minecraft? So. Ist mir gar nicht aufgefallen, ich war nur AFK. Ja. Ja, übrigens danke, dass du all mein Zeug in die Erzwaschanlage gesteckt hast. Dafür bin ich doch da. Nein, dafür bist du nicht da, aber du kannst natürlich gerne weitermachen. Jetzt muss ich erstmal wieder meseraten. Hä? Was macht ein Creeper hier? Nein. Toll gemacht. Auf meinem Hausdach. Ein Creeper. Ist der eigentlich jetzt mein... Hast du meinen Bereich schon gesehen, der für... Äh... Wo dann die Essenzen ge... Erstellt... In flüssiger Form erstellt werden. Nenn ich mal so. Ne, hab ich nicht. Den werde ich aus Underbricks bauen. Hä, was? Ja? Was sind denn die bitte? Underbricks? Die hast du schon mal gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warum kann ich diese Thermalzentrifuge nicht anklicken? Keine Ahnung. Oh, jetzt ging's. Hä? Ich hab's da reingetan. Böses Gerät. Böses Gerät. Äh. Scheiße, ich bin vollkommen voll. Dann solltest du dich mal ein bisschen entleeren. Moment mal. Ach so, ich hab jetzt schon gedacht, das wäre ein Zaun davon. Das ist nämlich jetzt gewundert, dass es die auch als Zäune gibt. Tut es aber doch nicht. Aber die gibt's auch in musiger Form und in gequackter Form. Hä? Mein Wegpunkt bei dir ist weg. Du verstehen. Warum machst du deinen Wegpunkt immer weg? Ich hab ihn nicht weggemacht, der ist weg. Ich bin extra auf Gruppe alle gegangen. Aber ich seh den Wegpunkt bei dir nicht mehr. Hä, warum verschwindet? Wie langst du eigentlich? Das bei dir, bitte schön. Magst du Birkenbäume? Was will ich mit denen? Selbst wenn nicht. Ich brauch die Setzlinge nicht. Was will ich mit denen? Wie immer, wirf mir seinen Müll zu. Er gibt mir immer seinen Müll. Ich hab die alle gepflanzt, Dennis. Siehst du, gibst mir immer deinen Müll. Also, wo willst du's hinbauen? Hä? Ich hab schon angefangen zu bauen. Ich hab die Birken-Setzlinge immer noch im Inventar. Und jetzt sind sie weg. Solltest du eigentlich sehen? Sag mal, hast du den Livestream noch offen? Ja, natürlich. Aber das ändert nichts daran, dass es dann bei mir auch gerade laggt. Was ja dann keinen Sinn macht, weil das ja bei mir nichts mit der Interverbindung zu tun hat. Wenn ich auf meinem Server, der auf meinem PC ist, connecte. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber bei mir ist das eindeutig ein Server-Lag. Jetzt bei mir genauso. Wenn ich was setze und sie gehen weg, dann hab ich sie plötzlich wieder. Dann fließe ich eben Multi-Twitch. Los, lad schneller hoch. CD-Twitch, den kenn ich auch noch nicht. Multi! Das ist alles in deinem Meteoriten-Schild. Okay. Bislang hab ich auch nur viel so weit durch den bekommen. Und normalen. Das ist echt schlimm. Gibt es noch irgendwas, das du farmen möchtest? Pilze oder so? Ich meine, du hast ja hier schon alles. Du kannst ein bisschen Essen mitnehmen, ein paar Karotten-Stack und in den End gehen. Warum soll ich in den End gehen damit? Weil ich ja einen neuen Generator gebaut habe, als Zusatzenergiequelle. Du baust dort weiter? Hast du schon Moltoid? Ich kauf's dir ab. Geh mal ins End und geh zu der Kiste, die da noch rumsteht. Da, wo die erste Cravi stand. Gleich, wenn es aufhört hat zu läm. Und nimm am besten gleich Essen mit, und zwar Karotten, weil Melonen sind zu schlecht, deswegen hab ich ja grad Melonen dabei, weil ich den Scheiß-Track da nicht reintun kann, weil das zu wenig Energie produziert. Okay, ich soll also deine Karotten mitnehmen. Ja, ein Stack halt. Bin unterwegs. Ich bin irgendwo grad vor dir. Falls noch genug da sind. Das hier sind Kartoffeln. Das hier sind Karotten. Ja, ein Stack eben. Wenn noch genug da sind. Ja, ich baue sie einfach ab. Hä? Okay, aber pflanze wieder hin. Ich krieg dein Zauntor nicht auf. Sehr blöd. Einfach rechtsklick drauf. Muss ich ja draufhüpfen. Mach mit der Hand rechtsklick drauf. Hast du irgendwas Besonderes in der Hand? Ich hab nichts in der Hand. Okay, dann ist das ja. Es laggt einfach zu sehr. Irgendwie gibt's auch Lacks oder so. Sollten die eigentlich nicht sein. Komm mal her, Melone. Kann man die eigentlich abbauen? Jetzt ist es plötzlich offen. Irgendwie ja nicht. Ich will das mitnehmen. Also ich soll... Ich soll dir ein Stack mitnehmen. Ja, mit in den End. Ich setze erstmal neu und guck, ob ich's... Ich will das Feld erfüllen. Ja, wenn du's vom Feld nimmst, bist du ja selber schuld. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel von dem Zeug du schon hast auf Vorrat. Wo ist denn das Endportal? Ja, unten. Das weißt du doch. Aber dein Haus ist nicht mehr symmetrisch. Hä, warum nicht? Weil dein Keller unsymmetrisch ist. Na ja, und? Weißt du, wie nervig war das... Weißt du, wie das nervig war da zu bauen? Da ist immer der Kies runtergefahren. Muss ihn wieder hochsetzen. Ach komm. Hast du schon mal ein Haus unter Wasser gebaut? Hast du's mit der Größe nicht etwas übertrieben? Das war kein Kies. Wie übertrieben. Was übertrieben? Du baust ganz schön viel ab. Was denn? Achso, hier. Kulinary-Generator. Wieso ist der Endstein drin? Ja, weil der Endstein da reinfüllt. Der Ender-Generator hat auch einen Stack. Ja, der füllt es halt da rein. Kannst ja auch Ender-Pellen reinfüllen, wenn du willst. Hab keine dabei. Doch, hab sogar einen Stack dabei. Ähm, alles nur mit Endstein voll. Wirklich schade. Hast du nicht zur vorderen Kiste geschaut? Da ist noch eine vordere Kiste. Boah, bei der alten Query. Ich hab die extra für dich da stehen lassen. Und du gehst da nicht hin. Obwohl man da vorbei rennt. Wie machst du das? Ich bin da nicht vorbeigerannt. Hä? Das ist doch direkt auf dem Weg. Ich bin gar nicht auf der Obsidian-Plattform gespawnt. Hä? Hab mich auch gewundert. Nee, das macht keinen Sinn. Du lügst. Da sind drei Moitoid-Chunk drin. Oh mein Gott. Was willst du dafür haben? Hä, gar nichts. Du schenkst die mir einfach so. Ich will, dass du mich nicht mehr nervst. Okay. Oh, da hab ich Dirt-Up gebaut. Und warum hab ich jetzt nur einen Dirt? Wo ist Dirt Nummer zwei? Dann eben nicht. Reparier's eben nicht direkt. Kommt mit dir, Underbricks. Ich will Underbricks, 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 Underbricks. Die sollte ich abbauen und nicht wiederkommen. Moitoid. Das ist ein Moitoid. Das ist ein Moitoid. Soll das jetzt irgendwie gut sein? Ich hab Moitoid. Ich hab den Zerstoß ja schon vor drei Jahren angeklickt und immer noch nicht. Ah, text du's jetzt nicht. Was denn? Ja, das ist nun mal lag. Akzeptier's. Ja, warum lädst du denn auch was hoch? Ja, normal. Wo musst du eigentlich drei machen? Minecraft. 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 Okay, verstehe ich. Komm, wahrscheinlich hab ich rechtslegt gemacht. Da, da, da. Also aufnehmen können wir es so nicht. Brauchen wir aber auch gar nicht. Wir haben noch eh genug. Weil wir haben genug für... Machst halt dann einfach so, du machst ein Infovideo und schreibst, ey, jetzt kommt halt nur noch jeden zweiten Tag ein Video. Dann hält's doppelt so lang. Hä, warum denn? Hä, was, warum? Ja, warum denn sowas? Denkst du, du schaffst genug Parts, selbst wenn du da drin bist? Ja, natürlich. Das wird aber jetzt schon ausreichen. Moitoid ist ja für fast gar nichts gut. Eigentlich nur, um daraus, dass ich Halkos zu machen. Enderperlen. Enderperlen. Die kann man aber nicht aus Moitoid machen. Doch, eigentlich schon. Nein. Die Funktion habe ich jedenfalls gerade nicht gefunden. Aus Moitoid? Hä, haben die das entfernt? Das stand auf der Website. Das war ehrlich, wo machst du da Enderperlen draus? Das stand auf der Website! Nein. Doch, das stand. Das links kann ich immer. Das kannst du mir verlinken, Mann. Das stand auf der Website, das weiß ich. Und aus mindestens einem der beiden Materialien hat man damals so Enderperlen gemacht. Und ich weiß, dass es Moitoid war. Du weißt, es war Moitoid. Doch keiner will dir glauben. Ich erinnere mich doch noch an die Zeiten mit Big Dick. Was, Dick? Du weißt, was das heißt. Dennis, stehst du immer noch da, wo du gerade stehst? Was denn? Au. Ich hoffe, das hat ihn nicht beschädigt. Der ist schon beschädigt gewesen. Stark beschädigt noch dazu. Ich dachte schon, er wäre jetzt noch mehr beschädigt dadurch. Nein, don't worry. Aber, jetzt habe ich 24. Du kannst das Ding ja auch mal ausleeren, eigentlich. Ausleeren? Ja, das hier. Wen? Ja, das hier. Warum ist der voll? Nein, nicht voll, aber... Hat er noch Platz? Da ist Zeug drin. Ja, doch mal dein aus. Du hast Eis bei dir drin. Ja, das ist aber fast gar nichts. Vor allem gehe ich da ja jetzt hin. Esichalkos. Einzige Funktion. Esichalkos. Das Siegel von Esichalkos. Nein, das war Eichalkos. Na und? Das ist echt witzig. Das ist echt witzig. Wenn man die richtigen Meteoriten kriecht, dann bekommt man auch einfach die Energiebälle durch die Dinger. Was ein bisschen doof ist, ist, dass man euch die Cover das nicht anklicken kann. Jetzt kommen wir da gar nicht mal kurz dran. Was? Du bist undercover? Stein. Boah, einer aufs Maul. Wenn du von da aus triffst. Treffen. Jetzt kann ich endlich meine wertvollen Dessichalkos-Blöcke machen. Willst du mich gerade verarschen? Ja, ich mache natürlich Ziegel. Du wolltest drei Dessichalkos haben und daraus ein Haus zu bauen? Paus, Maul. Du, 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 Ressourcenverschwender. Warum suchen die jetzt so lang? Dessichalkos. Man kann daraus so viel machen. So viel tolle Sachen machen. Nein. Eine Axt mit plus sieben Angriffsschaden. Nein. Eine Hacke ohne irgendwas. Eine Spitzhacke mit plus sieben. Nein. Die Spitz... Warte mal, hast du noch irgendwo dieses blöde Bild? Ich hab's gehört. Das ist ein Bild. Hab ich gesehen. Ah, hab's. Danke. Hast du den Raum mit den Underbricks gesehen? Ne, bin da noch nicht. Ist das von der Wand? Oh ja, haben wir auch vergessen. Wo war das denn? In der Spitz. Ach, deswegen. Das erklärt's. Danke. So, also, Daisy... Hast du da auch drauf, den Raum nicht zu sehen? Er war eigentlich gar nicht zu übersehen. Warte mal. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Was denn? In meiner Liste ist der Schalkos gar nicht drüben. Ja, schlecht. Naja, ich schätze mal, es kann alles. Es sollte alles können. Testen wir es einfach mal. Es sollte alles können. Es ist auf jeden Fall... Es wird auch... Wenn es Adlerus abbauen kann, sind wir schon mal glücklich und zufrieden. Und das bedeutet, ich brauche eine neue Glücksspitzhacke. Wo sind meine Sticks? In deiner Hose. Egal, ich hab Holz dabei. Oh. Da ist das Video zu Ende. Und tschüss.